So, da waren ja noch die Schienen. Diese eine Kette, die hier an der Decke hängt. So, um einem die Schienen einsammeln. Da ist noch Eisen. So, um die Schienen einsammeln. Da hinten ist auch noch so ein kleines Licht. Na, was war das? Wahrscheinlich hat er diese Dripstone, ne? So, hier war doch eine kleine Nische. Da ist der Minenkarren. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, den wir schon gesehen haben oder ein anderer. Schnappen wir uns nochmal eben die Schienen hier. Da waren wir. So, das Dornen, das lassen wir mal im Stecken. So, ich nehme mal so das Eisen mit hier. Da oben auch noch Eisen. Nimmt kein Ende, ne? Am Anfang, da war das so selten. Da hatten wir echt immer irgendwie noch ganz wenig. Ich bin mal gespannt. Nachher die Stacks, wie viele wir da haben. Das ist ja schon, äh, schon unverschämt eigentlich, ne? Wie viel das ist. Okay. Okay. Das haben wir am Anfang immer noch stecken lassen, ne? Man sagt, oh, hier ist Kupfer und so, kann man gar nichts mit gebrauchen und so weiter. Das ist wieder voll. So, mal eben sehen hier Gold, Eisen, Lapis. Mal eben hier in den Ender-Rucksack. Den Dreadstone auch. Machen wir jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, ja fast sechs, sechs Eisen. Ja, kein Ding, ne? Machen wir mal eben voll. Und da, ha, 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 Kamera. Ich hab's nur zwischen hören. Und dann gleich da in die Nische. Na gut. So, nehmen wir eben die Kohle nochmal eben, äh, hier aus der Wand. Und, äh, wie gesagt, dann mal in den Minenkarren eben reinschauen. Und dann ab nach Hause Rucksäcke auspacken. Und, äh, am besten gleich dann noch hier die Außenwand aus feierfesten Stein hochziehen. Dass da auch nichts abfackeln kann. Hier geht's ja auch noch weiter, ne? Hier die Spinnennetze haben wir schon wieder vergessen hier. Ne, so langsam, da, ähm, da sieht man den Wald vor lauter Bäumen auch schon gar nicht mehr hier. Weil dieses, das ist so richtig wie in so einem Schlaraffenland, ne? Man geht da hin und baut das einfach nur so ab. Man muss da auch gar nicht viel, viel machen, ne? Man muss da jetzt irgendwie nicht irgendwie so, äh, Tunnelgraben ergründen oder so. Das ist einfach da, ne? Auch kaum irgendwie Monster. Ist alles schon so angelegt, hier mit den Schächten und so. Einfach nur abtragen. Da auch. Kommt da schon gar nicht mehr hinterher, ne? So. So. So, wo waren da jetzt nochmal diese Minenkarren? Den hab ich jetzt schon wieder... aus dem Blick verloren, weil ich hier schon wieder auf der nächsten... Ah, ja, mhm, ne, ist klar. So, aufpassen jetzt. Oh, da kommen sie wieder hier aus ihren Löchern gekrochen, ne? So, wie sieht es aus mit Fackeln? Dann hab ich noch welche. Jetzt, ja. Das gehört hier alles noch mit zu dem Minensystem dazu, ne? Da ist noch ein Skelett. So kommen die Schienen. So. Nehmt kein Ende. Da ist doch ne Spinne. Nicht, dass da noch so ein Spawner ist. Aber es hört sich so danach an, ne? Also hier ist noch ein bisschen Eisen. Naja. Aufpassen hier. Direkt über uns. Da geht's unten wieder weiter. Oh, oh. So, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht verzocken hier mit den Spinnen. Da ist noch ein Zombie, da ist noch ne Lohre. Das müssen wir mal aufpassen hier. Na? So. Okay. Mal im Fackeln bauen. Ich muss noch mal eben ein bisschen Platz machen. Da hinten ist noch ein Spawner. Na? Da können die nicht durch, ne? Halt. Ich treff die auch gar nicht, ey. Alter Schwede. Da ist doch irgendwas kaputt gegangen, oder? Ein Werkzeug. Da hat's irgendwie immer so geknackt. Ja, die, man trifft die einfach nicht. So, mach ich mal eben hier ein bisschen Platz, dass man nicht die ganze Zeit hier hängen bleibt. Und dann versuche ich mal eben hier mal eben so durch. Das war die Schere, die kaputt gegangen ist, ne? Nö. Da habe ich mich vielleicht getäuscht. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020